Natürlich sind wir bei den Teamkollegen von Gil Yappi beim FC Zürich reinhören. Wer und wie ist er denn, der Gil? Ich glaube, er schaut sehr auf die Ernährung, soviel ich jetzt weiss. Ja, er nimmt immer unsere Proteinshakes weg, das ist so ein Ananas-Geschmack. Es ist wie ein Milch trinken, aber es ist süsses Anas und auch Protein drin. Nach dem Training sehe ich ihn ab und zu mit diesem Getränk. Und ich habe keine Ahnung, was er jetzt wieder genommen hat. Und dann geht er manchmal aus dem Zimmer und kommt wieder zurück und gibt mir auch ein wenig. Jetzt habe ich endlich mal das Versteck gefunden, wo er das immer versteckt. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir auch zu einem Getränk kommen, weil sonst ist der Gil halb wegtrinkt. Gil, du bist der, der die Proteinshakes wegnimmt? Nein, wegnehmen, nein. Aber ich habe einfach eine gute Beziehung mit den Leuten dort. Und sie haben eine gute Reserve für mich gemacht. Die Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7pm on SportalHD.com Ami, auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Ami, ami, amig. Ami, ami. Ami, ami. Ami. Untertitelung des ZDF für funk, 2017